Ich steh genau zwischen euch. So, mal mit Viertelkraft. So, rechts rum, ne? Jetzt, komm ich rüber. Weil die Karte rechts unten könnte man mit Plus und Minus auch vergrößern oder verkleinern, ne? Ah, ich hab doch ab 3 Geschütze sehr gut. So, ich komm jetzt auf deine 7 Uhr. So, ich komm jetzt auf deine 7 Uhr. War nur mit Viertelschub. Hm, ich hatte kurz Vollgas eben. Abmund ist rechts von mir, was hast du? Die Eri. Ist das ein Torpedoboot? Nein, ein ganz normaler Kreuzer. So, dann geb ich mal Luck jetzt. Ich geb mal Vollgas. Jupp. Und da brauchst du ja davon. Oh, da kommt schon einer. Oh, vor mir ist schon einer. Jawohl, sehr schön. Ah, der ist hinter der Insel. Ja, da werd ich jetzt so fahren, dass ich die Torpedos krieg. Mhm. Reinkrieg. Ich werd's mal ein bisschen antäuschen hier so. Dann fahr ich erstmal so rüber. Dann setz ich kurz vorher setz ich nen Smokescreen, damit der euch nicht sieht. Da sind zwei, Sascha. Ja, ich seh's grad. Aber der steht so halber. Dem wird's gleich Torpedos verpassen. Der fährt links rüber. So, ich hab die Torpedos links losgeschickt. In der Hoffnung. Ich war hinten an der Insel vorbei. Alter, ist das Ding mal schnell. Na, na. Ja. Alter, links hier. Ich werd angegriffen von dem Sayoki hier. Und der war weg. Der ist weg. Der ist weg. Ja, der hat von mir mal ein paar gekriegt. Wie ist der nicht in meine Torpedos gefahren, der Bastard? Also ein Torpedo hat von mir getroffen. Bei der DME. So, ich komm mal hinten rechts mittel rum. Der ist echt durch alle Torpedos durch, der Mistsack. Der ist ja weg. Dein Torpedos. Wir müssen hin. Ich weiß. Oh, hach, hier vorne haben wir noch einen. Huhu! Wie ist der Mars? Alter. und? da kommen die speed 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 Türpitz ne haschi laute lad nach verdammt war das knapp ja ne ja und zurück ja danke dauert es wieder über eine Minute bis ich wieder reparieren kann da drüben ist Sascha na komm 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 schön die treffen jawoll pass auf ich schmeiß auch nochmal welche raus weil es mir wahrscheinlich noch unnötig war ja wir nehmen grad auf ne ja oh oh ich muss jetzt aber Gas geben weil die Torpedos kommen ganz böse nah so den haben wir glatt gemacht wie nur ein Torpedotreffer was soll die sauererei dann schnappen wir uns den nächsten hier links in 10 Sekunden kann ich wieder reparieren so so ich dachte ich kann reparieren aber welchen wollt ihr jetzt gehen? ja der eine ist sowieso schon gleich im Arsch ja der eine ist sowieso schon gleich im Arsch ja der eine ist sowieso schon gleich im Arsch der ist down kommen wir wieder zurück ich war hier gerade an der Insel so vorbei ich war hier gerade an der Insel so vorbei mhm warten wir schon zu ausrichten das war knapp ok der ist down und komm ich oh was ist das noch einer? links von dir Darkter irgendwo hinter der Insel denn? links von dir Darkter irgendwo hinter der Insel denn? in der Flagge ja versuch mal auf den die South Carolina Torpedos auszuschießen wenn die nicht hinter der Insel ist pass auf da ich haue jetzt vor dir jetzt Torpedos raus ja ich hab auch schon welche rausgegangen ach da ja da rauschen schon welche die sitzen oh vorsicht Rana links hinter dir mit meinen Torpedos ich dreh schon ah da trifft doch was ist ja gleich down oder? ist das ein Arschloch konnt der noch echt beidrehen so eine Scheiße aber ah deine gehen auch knapp vorbei das ist doch nicht aber ich hab noch ne Salbe ah dann mach so dünn Fächer so dünn bin schon dabei ah Mist hoffentlich gehen die sitzen die die müssen sitzen die sitzen ah mein Ruder ist schön schön einer hat gesessen so jetzt würde ich aber abhauen wenn ich du wär eben noch mit der Kanone ah der hat sie geschafft ui ui wurdest du versenkt davon? ecke nö aber ecke scheiße boah was 15 15 mal Zieltreffer äh die Zieltreffer mit Torpedos 3 mit die Schosse 15 Ausfälle 1 zerstört 4 Brandgestell 2 Wassereinbruch 3 Basisverteidigung 2 hohohohoho so ok gut fangbart bitte dann war es das für dieses erstmal genau boah war schön gut dann kann ich ja die Aufnahme erstmal wieder stoppen ne? ja ciao ciao